so da sind wir dabei etwas das ich schon sehr sehr lange nicht mehr gemacht habe und ich bin nicht alleine wie man da oben sieht doch doch du bist du dann okay ich bin hier alleine jedenfalls die regeln sind einfach wir malen hier irgendeinen charakter hin aus einem anime den wir uns hier mit random.org hingemacht haben das erste hier das beachtet mal gar nicht das machen wir nicht dass da kenne ich die charaktere nicht auch wenn ich es öfters mal als hörspiel gehört habe jedenfalls fangen wir dann mit dem zweiten an und das wird ja wohl super ja ich war jetzt als erstes er muss erraten und wenn das er rät dann kriegst du einen punkt wie vielen punkten haben wir gewonnen ja solange wir nicht aufgeben haben wir immer gewonnen bisher hat noch nie jemand wirklich verloren glauben ist auch zu lange her so das ist was einfaches jetzt pass auf die schachtel ja aber du hast kein snake geguckt spongebob anime in japan ist spongebob anime nicht hier kann man doch erkennen ich war man kann das bild doch irgendwie verschieben weil irgendwie habe ich das gefühl die hälfte des bildes ist aushalt meines bildschirms äh ja mit der maus oben kannst du es rumziehen siehst du es also schwierig ist das jetzt eigentlich nicht umziehen kann es irgendwie nicht das obere tool das musste benutzen er bringt sie kann ich nicht auf deinem leer wird wenn du was machst warte mal wie meinst du was ist wenn ich so mach wenn du was machst warum kommst du denn nicht auf den leer keine ahnung siehst du das einfach nicht das bild siehst du das einfach nicht oder wie sehen tue ich schon was aber irgendwie ist die hälfte anscheinend das habe des bildschirms ich komme nämlich auf deine ganzen leer da unten auch nicht meine ganzen leer was du hast die anderen alle für dich ok die sind bei mir ausgegraut da kann ich nicht drauf aufklicken ok ich kann den linken oben einfach ausgucken anscheinend ok siehst du es denn jetzt was es sein könnte Prozent afroken oder nieder ist er zu bezeichnen das ist superfunky kennen das ist doch ein tolles bild ja ok ja ich fang auch etwas einfachen an nichts sagen etwas sehr einfachen sogar wenn nicht hallo und die kann ich gerade nicht ok jetzt ein gelber punkt fast äh korosensei ja vielleicht ein bisschen zu einfach doch jetzt ist das sagen und jetzt ist es sein ich finde sie bringt super jetzt so also Ich kann super malen. Sonic, okay? Sonic? Wir kommen ja da auf Sonic. Keine Ahnung. Das hat's jetzt geändert. Shadow, oder? Wo could this be? Ist das... Nagisa? Ist das der Typ mit den blauen Haaren? Du meinst das Assassination Club? Cloud Room? Ja. Ja? Ja. Okay. Ich hab einfach gemalt. Hm. Ich hab nur vier Folgen geguckt. Ich kann nicht weiter zurück. Das Gesicht bleibt da jetzt. Kann man das größer machen? Kann man das größer machen? Ja, kann man. Ich weiß schon, wenn ich jetzt mal... Okay. Okay. Äh... Äh... Wie sah denn... So sah der aus? Okay. Äh... Farbe... Ja, irgendwie so. Passt schon. Mein Profilbild. Äh... Da fehlen noch natürlich zwei Ohren. Seid da mal. Nee. Der sieht aber so aus. Ja, weil ich dich... Weil ich noch keine Haare gezettet hab. Okay. Wund... 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 Wunderschön. Nee. Ahaha. Guck. Äh... Greet. Nee. Greeling. Nee. Greeling, was? Das ist die Fusion. Ling. Ja, Ling. Das ist dann auch Greeling. Und da Greeling. Hahaha. Oh... Gott. Prepare to be astonished. Oh, das kann man noch Vollbild setzen, sehe ich gerade. Jo. Ich glaube, das wird nicht das, was ich anfangs malen wollte. Ich mach's einfach. Aus dieser... Sache her. Ich glaub das sah so aus. Jo. Irgendwie. was machen wir denn jetzt am besten. Muss sein. So. Ich hab keine böse Idee für den nächsten Charakter. So. 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 Ich schätze mal aus Kill the Kill. Ja. Einer von Nöte ist die schätze ich mal. Das ist ja ein Lagertyp. Ja. So. Ja. Das heißt, da ist halt glänzende Nippel. Deswegen hab ich den glänzenden Nippel gemacht. Ja. Das ist das einzige, was ich wieder nicht wegmachen kann. Was soll denn das? Glänzende Nippel. Okay. Äh. Okay. Ich sollte das dem Dingst meiner Vorlage malen. Der Blob. Jemand mit vielen Haaren. Äh. Warte mal, da muss ich kurz nen Bereich... Das Reich muss ich löschen. Das Reich muss ich löschen. Das Reich. Ja. Und nein, das ist nicht Hitler. Den fühlst du auch noch erkennbar aus. Den Vermittler-Alchemist-Film. Schätze ich mal. Ist aber nicht bei Brotherhood. Hm? Ist aber nicht bei Brotherhood. Ja. Trotzdem. Achso, das ist jemand mit Haaren, die nach draußen gehen. Nee. Goren Lagan? Nee. Tengen Topfer Goren Lagan? Nee. Goren? Ist das gleiche? Lagan? Nee. Lagan Pyr. Optimus Prime. Nee. Äh. eine Osterinselskultur ne ein Afro-Samurai-Typ ne das Bild zielt halt gute Deutsch also hättest du jetzt nicht das Gesicht da reingemalt dann hätt ich vielleicht noch gedacht dass das da vorher wär oder was senk jetzt wer aber jetzt hm gibt's dir kein gibt's dir kein Bucketool hm äh das ist kein Instrument romer Instrument irgendwas aus One Punch Man ne 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 ok wenn wir einfach anfangen muss natürlich was schweres nachgelegt werden das sieht halt aus wie ein Power Ranger irgendwas von Fullmetal Alchemist ne irgendwas von Afro-Can ne wann wär in Afro-Can so'n Perl vorgekommen ja kann ja sein ist es denn irgendwas aus Guren-Lagan ne habt ihr schon gefragt hab ich nicht ich hab nur gefragt ob es Guren-Lagan wär oder Lagan oder Guren oder den getopper Guren-Lagan welchen ein f Das sieht halt jetzt mehr aus, als wenn das aus Naruto kommen wird. Gleich ist Naruto nicht mal die falsche Weise zu denken. Ich meine, es ist nicht der anime, aber... Dragon Ball. Ja, weil Dragon Ball auch in der Liste ist. Ja. Lass ihn nochmal neu zeichnen. Ist das überhaupt ein Mensch? Der Charakter schon, ja. Also würde ich schon sagen. Kann man so behaupten. Hm. Was könnte ich denn noch zeigen? Ah, da fällt mir das jetzt auf. Wie, wie, wieso ist das da eigentlich, dass da so komische, okay, das ist... Augenringe sind. Augenringe? Wieso sind da Augenringe? Toboko als Mann? Ja, so würde das natürlich aussehen. Einfach so komisch, dass da Folter verschnippt. Sicher, dass das nicht aus... Ähm... ...aus, äh... ...aus, äh... ...vom Metal Alchemist Bravo Holt ist? Ja... ...ziemössig... ...hätte ich vielleicht noch Slicer gesagt oder sowas. Äh... ...irgendwas aus Noragami? Slicer waren ja einen Brüdertypen, oder? Ja... Da bist du nicht mehr so auf dem Holzweg. Wie, jetzt bei Slicer? Ja... ...ja... ...also... ...hatte nichts direkt damit zu tun, aber hat schon was damit zu tun. Ja, dass ein Samurai ist, das sehe ich. Okay, gut. Ich frage mich nur gerade, was das für ein Samurai ist. Ja, ist es denn jetzt irgendetwas aus Noragami, was ich nicht mehr weiß oder so? Okay. Puh. Das ist dämlich, ja. Ist das irgendwas aus Ice-Q-DD? Ja. Oh, jein, danke. Hoffentlich nicht aus den lateren Series. Nee, nee, hab drauf geachtet, dass das aus der ersten Staffel ist. Ist das das Teil, wo der gegen gekämpft hat in dieser einen Villa, oder was auch immer das war? Nee. Ist das der Typ, gegen den der am Ende gekämpft hat? Nee. Ist das... ...irgend so ein Typ, für den der was gemacht hat? Dem der geholfen hat? Kommt drauf an... ...kommt drauf an... ...wie genau ich diese Frage jetzt dann nehme. Ist das irgend so ein Typ, dem der geholfen hat? Kommt drauf an, wie genau ich die Frage jetzt nehme. Man kann sagen ja, man kann sagen ja, man kann sagen ja, je nachdem, wie man das nimmt. Ist das irgend so ein Typ aus der anderen Welt? Nee. Ist das einfach so ein Typ, der die Hilfe requested hat? Fast. Ist das irgend so ein Typ, dem der einfach auf der Straße begegnet ist? Nee. Ist das irgend so ein Typ, den ich überhaupt kennen kann? Das Problem ist gar der Typ. Ist das irgend so eine Tuse? Ja. Ja, toll. Ja, das sagt mir halt gar nichts, das Bild. Kann ich auflösen? Irgendeine von den Tusen, die dann nachher in seinem Harem sind. Nee. Irgend so eine Blöse, äh, Blöse-Tüse. Eine Blöse-Tüse, eine von denen, gegen die, die da gekämpft haben. Nee. Ja, keine Ahnung. Soll ich auflösen? Mach doch. Äh, dieses eine, äh, dieses eine Weib, das, äh, Hilfe gebraucht hat, um den Liebesbericht zu schreiben und die ganze Zeit in Samurai-Gustung war. Dann ist das doch das, was ich gesagt habe. Was? Nee. Ich habe gesagt, jemand dem, der geholfen hat. Ja, ein Typ, dem, der geholfen hat. Und, und er selbst hat dem, ihr, ja nicht geholfen. Okay, nur meins. Äh, wieso funktioniert SdGZ-Digna? Okay. Weil du es nur bis zu, da bestimmten Dinge zu machen könntest. Ich glaube, wir müssen da demnächst mal ein paar rausnehmen, weil dann kann ich auch nicht mehr weitermachen. Warte, ich suche hier gerade, wen ich denn da malen könnte. Ich hoffe mal einfach, du sagst mir so, im Grunde. So, ich weiß, was ich mal. Nee. Doch. Nee, ich habe noch nicht die Fähigkeit der Telepathie erlangt. Okay. 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 Ja, so sieht der Charakter halt aus. Sind das die Beine? Ja. Okay. Warte, ich mach da noch. Das könnte auch eine Banane sein. Precest an. Der hat ziemlich verschumpelt, der Gebogen. Das ist ein Arm. Das ist ein sehr großer Daumen. Ist das schon wieder link? Nein. Okay. Den gibt es noch, der ein Schwert oder was auch immer das in der Gießen-Banane benutzt. Achso, laut dem Bild her hat der Charakter ein Schwert. Okay. Ich weiß noch nicht, ob dieser Charakter das Schwert auch einsetzt. Deswegen hab ich es jetzt einfach nur dahin gemacht. Nogagami. Nö. Äh. Wir gehen wohl die anderen mit durch. Noi Zero. Mhm. Fairytale. Mhm. Gut. Äh, Rompanschmann. Ja. Fuck! Warte, ich kann da noch was anderes hinmalen. Um es einfacher zu machen. Hä? Ah, das ist Sonic. Falls der so heißt. Ja, das ist Speederson Sonic. Ich hätte auch einfach nur so einen Pimmel hinmalen können mit den Beinen. Das hätte, glaube ich, mehr geholfen. Hat der das Schwert jemals eingesetzt, soweit kam ich nicht? Ja. Der hat das mal eingesetzt. Das wurde aber sofort zerbissen. Äh. Ich nehme jetzt mal wieder was Einfaches. Vielleicht gucke ich das mal zu Ende. Aber dann haben wir wieder so was Einfaches wie Dragon Maid auf der MyAnime-List und dann kommt immer wieder, ja. Äh. Wunderschön. Fuck. Was ist das für eine Frisur? Erstmal so ganz viele Dreiecke und dann ein Quadrat. Ist das Marco? Ja. Wie gesagt, man, was Einfaches. Äh. Ich habe eine tolle Idee für den nächsten Charakter. Ja. Wie ich das zeichnen könnte. Ich glaube, wenn ich jetzt Farbe mache, ist das zu einfach. Das kann man hier auch einfüllen. Hätte ich gleich mit einer Ellipse machen sollen. Nee, hätte ich nicht tun sollen. Kann man das füllen? Nee, es gibt kein Bucketool irgendwie. Warum haben die das nie? Keine Ahnung. Habe ich mich vorhin nachgefragt. Wieso rede ich so komisch? Da ist nicht genügend Platz für die Haare. Das mache ich jetzt nicht komplett. Bisher habe ich noch keine Ahnung. Ich habe noch keine Farbe hinzugefügt. Aber sobald ich das hier jetzt mache. Warte. Und das hier. Äh. Es hat gar kein Charakter ein, der aus den Augen blutet. Naja, ich meine, da gäbe es eine Einstellung. Ich meine, da ist grün, erinnert mich am Moment, weiter. So, warte. Hm? Was? Warte. Wir müssen aber wohl... Hä? Hä? Ketchup? Ein abgebissener Wurm. Ja? Das ist kein Hase, dem der in die Ohren gebissen hat. Ah, Petzelgust. Oder wie das auch spricht. Petzelgust, Romani, Conti. Statt jedenfalls in den Dingens unten drunter. Ja, so heißt doch. Ich habe eine schöne Idee, wie ich den Kalk hätte, den ich für dich jetzt nehme. Mal. Zwar... Äh, warte. Stell dir das jetzt gerade Linie hervor. Äh, bisschen kürzer. Das ist auch Funky Ken. Nee, das wäre ein Gegenbogen. Irgendwas als Noragami. Ja. Ja. Ist das alles? Was? Nee. Donald Trump in schwarz. The Trump Tower. Ja. Das vielleicht in einer anderen Farbe. Irgendwas das jetzt auseinander ist. Ist das der Typ als Schwert? Nee. Ist am besten irgendein bisschen zumal'n. Ach, der Gürtelmann. Ja. Der heißt einfach nur Gürtelmann. Der hat keine richtige Namen. Tension heißt der. Gürtelmann. Der Gürtelmann. Der kann alles. Der kann alles. Wirklich alles. Oh Gott. Was denn? Ach, du wirst gleich sehen. Ich glaub, das wird zu einfach, wenn ich das jetzt so mach. Afro Ken. Äh, also normaler Ken. Nein, ich kann den doch nicht doppelt haben. Ist der Wurst? Nein, das hat der Ende nur die Wurst jetzt bei dieser Art 4. Ist der Felix? Nein, kann doch gar nicht. Hab doch schon. Deswegen aber ich war gerade... Das ist ganz verwundert. Sonnenbrand, oder was? Ich wollte ja einfach nur solche rosigen Bäckchen machen. Keine Ahnung, ob das hilft. Ich bin gerade verwirrt. Das ist alles. Das ist gut. Ich glaub, ich glaub, das hier hilft mir. Der hat einen Hals. Wow. Nein. Da ist noch was anderes dran. Keine Ahnung, das ist das Konaco. Ja. Sieht doch wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Ich wollte es irgendwie weiblich machen, aber durch die Wurst ist es irgendwie nicht geglückt. Ich mach mal jetzt wieder was komplett Einfaches. Kam ihn da? Kam ihn da? Ja. Du hättest daraus auch Rennlager anmachen können, ne? Hm, was? Du hättest daraus auch Rennlager anmachen können. Hm. So, warte, jetzt kommt was. Das sind zwei Gläser, die sind halb voll. So, 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 so. So, jetzt gleich siehst du, was ich da malen will. So, und jetzt kommt's. Immer noch nicht. Nee. Okay, dann mal ich weiter. Für mich sieht das so gerade aus wie zwei Augenklappen irgendwie. Das ist einfach so geil, aber mit zwei Augenklappen. Ja Patrick, aus Sponsproblendbad, der Pirat. Vielleicht hilft das hier. McDonalds, bababababab. Ist das... Nee, hat der Gokomaus, aber haben wir ja rausgenommen. Okay, malen wir den Rest vom Körper auch noch. Wie, das sind gar nicht zwei Gläser. Sieht zwar ganz schön blockig aus, aber ich mach's einfach mal. Sieht jetzt einfach nur aus wie so ein fetter deutscher Typ. Ich weiß nicht mal, ob da gelb drin war. Ich hab's jetzt einfach gemalt. Der hat ein schweres Leben, klang ich mal. Joko. Ja. Das ist Pirat. Hast du das selber gesagt? Kriegt dann einfach so ein Quadrat-Shade. Wen male ich denn? Ich fang mal einfach mal an. Okay, wen male ich? Sei... Sei... Auf jeden Fall schonmal keinen schwarzen. Du malst dein Profilbild. bleibst du jetzt einfach bei diesem Ei oder was? Äh, nee, ich stell grad... ...den Stift, äh. Ja gut, du. Erlötig. Ja, muss ja. Ja, muss ja. Äh. Pommeshaare. Das erinnert sich an das Bild, wo sich der eine da Pommes an das Gesicht geklebt hat. Okay, vielleicht ist der normale Person nicht so ernst, aber... Das sieht ein bisschen aus, als hätte... Mit der Person hat jemand in die Haare geschissen. Oh Gott. Das ist Tai. Ja. Vor allem in die Haare geschissen. In der Farbe, oder was? Ja, in Braun. Ach so. Die scheißmen auf zwei unterschiedliche Seiten. Oder einfach so einen Hinterkopf, und das hat sich dann verteilt, oder wie? Wenn der so seitlich liegt, dann scheißt du, und dann flutscht er auf der einen Seite vorbei, und dann, weil er scheiß geklebt, flutscht es auf der anderen vorbei, aber auf die Stirn kommt das nicht. So. Prepare to be astonished. Ja. Okay. Falsche Farbe. Ein Stein. Cartman. Äh. Dieses blonde Kette aus dem Origami. Ja. Das sieht dann einfach aus, als hätte da jemand diese, äh, diese Klingeln auf dem Kopf getan, wo man aber draufklingelt, wenn man gerade irgendwo einstecken will. Ich muss gar nicht eher an Kuhglocken denken. Gut. Äh. Wie mal ich das denn am besten? W-Wen mal ich davon? Auf Rucken. Arme Ketten. Hier ist Sexreibniss. Arme Ketten. äh Brasaken Mohawk Ken Mehr überleben Mehr nicht Überleben Mehr überleben Ja Überleben Ich finde es gerade super wie bei deinem Layer Wo du draufmalst einfach weiß ist Hm? Layer 4 ist so eine weiße Fläche Aber auf allen anderen nicht Als hättest du da irgendwas Weißes hingekritzelt Ich hab da einfach ein weißes Quadrat drüber gemacht Das ist einfach schneller geht alles Ah fuck it Afroken Nee Der kleine König Nee Arschgesicht Morroken Nee Ken Ja Genau Da ist dann einfach nur noch Ken Wenn der keinen Aufbruch hat Oder was? Ja Der Normal Ken glaube ich ist der Oh Gott jetzt kann ich abgehen Das malen wir den da am besten Oh Gott Ah 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 dieser blick gingbär welcher bär? gingbär, der ist Pokémon Pandeer gingbär das seltenste Pokémon der Welt das man erhalten kann, wenn es shiny ist ich weiß gar nicht mehr, ist das so ich könnte noch mal gucken ich hab keine Ahnung, was du magst warte aber das erinnert mich gerade an Danganronpa Moment, ist es dieser Pandora, der voll mit Alchemist ja der in meinem Leben als Katze bezeichnet wurde ich wollte fast noch eine Katze daneben zeichnen ich mach nochmal was einfaches happy? ja das ist aber nur so ein kaputter Eisklumpen ich hab's einfach direkt ja so warte, ich kann auch was Ja, kann der schon bei dir? Ähm, ja, sonst würde ich glaube ich den Namen nicht. Äh, ich hab doch keine Ahnung, wie ich nehmen soll. Muss ich erst mal was nachdenken. Okay. Okay. Du machst einfach irgend so ein Geräusch und dann sagst du nichts mehr. Okay, ich hab gesagt, ich hab ne Idee. Äh, Farbe. Okay. Äh, noch ist es nicht fertig, keine Angst. Äh, warte. Eine Kuh? Nee. Oh. Mr. Krabs? Nee. Der komische Krebs aus One Punch Man? Ja. Den, der in, ich glaub, war das erste Folge oder zweite Folge zerstört? Erste. Ja. 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 Dem mitten im permanenten Marken mitbelauf die Post gezeichnet wurde. Beste Bekündung, Armakt zu lassen. Bin ich doch nix dagegen. Du. So. Pass mal auf. Ah, das ist zu hoch. Okay, war das aus, aus hart Oppei? Nein. Das ist übrigens Oppei hart und nicht hart Oppei. Nein. Untertitelung. den tisch durch die zählen Ich hab das hier ja noch nicht mal den Charakter gemalt. Einfach so ne kurze Hand. Sieht einfach aus wie so ein richtiger, richtig krasser Motherfucker. Richtig strong. Es passt bald nicht mehr vom Bild her. Der flache Kopf. Spudeman. Du gleich weißt wer das ist. Das sah so gut aus am Anfang. Vor allem was ist vergleichsweise mit dem Kopf? Das ist der Oberkörper einfach. Warte ich wüsste jetzt einfach. Also die Proportionen. 10 unter 10. Das ist der Oberkörper. 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 hier auch noch diese super starken männer ich sollte anfangen solche solche dingens zu machen solche super helden comics mit super starken leuten da bin ich ja gut auf der einen seite einfach so in normalen arm und auf der anderen so ne riesen auf der einen seite einfach so ein bombstamm so ein richtiger hulk einfach so wie der charger der eine arm richtig klein und der andere richtig fett ich hab keine ahnung wirklich ich sagte dass nichts die farbe schwarz sagt es ist nichts was das für eine klamotten ist gerade nicht ich muss gerade nur an den adidas anzug von jato denken adidas ich nenne es einfach mal adidas anzug ich fände das super wenn die da so product plays mit reingepackt schnullt adidas rum wie kommt bitte das sieht aus wie adidas zeug also ich meine ja nur das teil dort hinten ist wie vielleicht erkennst du das als etwas an das dort rechts ich versuch's grad irgendwie zu entziffern was das sein könnte aber ich finde einfach super wie ich auch sowas sowas gemacht hab was ist das wenn du nachher den charakter siehst du weißt ja jetzt noch nicht mal ob der charakter männlich oder weiblich ist obwohl ich es eigentlich schon gezeigt hab warte jetzt ist es klar ne boile in der axelhöhle was ne boile in der axelhöhle das ist keine boile nein ich kann mir schon denken was das ist das sieht trotzdem aus wie ne boile in der axelhöhle das sieht einfach aus wie so n halk ich glaub ich sollte mit verschiedenen schwarztönen arbeiten das hilft schaffst du das noch aufgeben werde ich auf jeden fall nicht ja hohohoho Vor allem, was sind denn für gute Beine? Warte, davon gibt's übrigens auch so eine Version. Wieso muss ich gar nicht an Superman denken? Warum kommt der Worm Superman? Warte, ich weiß, was das darstellen soll, glaub ich, aber... Irg dich. Ja, ich weiß, was das darstellen soll, wie gesagt. Aber das hilft mir nicht, die Charaktere oder die... Das sieht jetzt einfach aus wie so ein Baby. Komm, da müssen wir längere Beine... Ich meine, was soll das Teil nach rechts sein allein schon? Guck mal auf die Form und guck mal, wie ich das gemalt hab. Sieht immer noch aus wie ein Baby. Nachher wird das... Irgendwie sieht's aus wie eine AK. Das ist ja recht. Guck mal auf den Kopf von dem Teil. Vielleicht hilft das ja. Sieht immer noch aus wie ein Kleinkind. Ist es dieser eine Sekretärin, dass Arjun... Ja... Ich soll daran arbeiten, echt einfach nur irgendwelche Charaktere, die überhaupt keine Muskeln haben, so super baff zu machen. Oh... Oh... You said you needed manpower, so I got it. Oh... Oh... Select all... Delete, geht das? Edit... Edit... New... Nö... Nö... New hilft auch nicht... Äh, du kannst da wirklich ein Weiß-Statagat drüber ziehen. Das rahm ich mir ein... Warte mal, wenn ich da... Dann weiß das Quadrat drüber ziehe, sehe ich deins nicht mehr. Äh, stimmt. Ach, dann muss ich meins aber nur unsichtbar machen. Okay, ein Ei. Äh, warte, das ist... Wie kannst du daraus auch ein... eine Buff-Version machen? Ich werde es nicht probieren. Äh... Wie habe ich das überhaupt geschafft? Ich habe mir eigentlich nur so ein normales Bild davon genommen. Das ist sehr ausgeschaut, aber... Jetzt weiß ich, wie der das Quadrat-Design gemacht hat. ... 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 Was ist das denn gesagt? Du hast ihn wenigstens getroffen. Ja, was ist immer noch nichts gegen BUFF? Ja, das fehlen noch. Ich glaube ich mal demnächst einfach jeden Charakter, den wir hier haben in BUFF. Krone Cartoon dann, der ist einfach so kajun, so grossy. Naja, ich würde mal sagen, du hast jetzt gewonnen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, falls wir das hier nochmal machen oder woanders. Ciao. Wodka.